Die Frage ist an Anas, wir sagen ganz klar, diese Vers, die du zitierst, gilt heute nicht. Aber die Vers, die wir zitieren, gilt es ja oder nein für dich heute? Und da will ich gerne eine Antwort. Eine sehr gute Frage. Lieber Anas, was sagst du? Die Verse, die wir gelesen haben, aus Sure 9, der letzten offenbarten Sure, der Befehl zum Kampf gegen die Ungläubigen, sie zu suchen, wo man sie findet und gegen sie zu kämpfen, wo man sie findet. Gilt das für dich oder gilt das nicht? Antworte mal öffentlich. Wir sind gespannt.